Ich bin Altea, euer Majestät. Was für ein Glück, dass Altea fliegt. Im Sternenland gibt es die verrücktesten Dinge zu sehen. Das ist noch spannender als Meteoritenkegel. Hier kannst du zusammen mit Altea die lustigsten Abenteuer erleben. Würdet ihr mir die Ehre erweisen und mit mir tanzen? Das kommt immer gut an. Wackelt mit den Ohren, das kann jeder machen. Altea im Sternenland. Täglich nur bei Fix und Foxy.